Hallo Dino, wie geht's dir? Dino, hast du Lust mit uns Zahlen zu lernen? Super, dann setz dich hin und wir fangen an. Dino, wie viele Autos sind da? Bravo, da ist ein Auto. Kannst du uns sagen, welche Zahl das ist, Dino? Bravo, das ist die Zahl 2. Schau, da kommen noch mehr Autos. Wie viele sind es? Das ist richtig, Dino, 3. Und jetzt, Dino? Genau, da sind vier Autos. Wie viele Autos siehst du, Dino? Das ist richtig, es sind fünf Autos. Wie viele Autos sind es diesmal, Dino? Bravo, es sind sechs Autos. Kannst du uns sagen, welche Zahl das ist, Dino? Aha. Ja, es ist die sieben. Schau, da kommen ja noch mehr Autos. Wie viele Autos. Wie viele Autos sind es, Dino? Wie viele Autos sind es, Dino? Das ist richtig, es sind acht. Neun Autos sind es, Dino? Wie viele Autos sind es, Dino? Wie viele Autos sind es jetzt? Ja, richtig. Es sind neun Autos. Dino, wie viele Autos siehst du? Das war's. Gut gemacht, Dino. Heute haben wir viele Zahlen gelernt. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hallo, Dino. Hallo, Alex. Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute mit uns Zahlen zu lernen? Super, dann fangen wir an. Lasst uns einen großen Turm aus all diesen Würfeln bauen. Das ist Würfel Nummer eins. Gut, nun der nächste. Das ist Würfel Nummer zwei. Und nun folgt Würfel Nummer drei. Vorsicht, Dino. Das ist Würfel Nummer neun. Würfel Nummer drei. Nein, nein. Nach Nummer drei kommt nicht Nummer sechs. Sehr gut. Hier kommt Würfel Nummer vier. Nun kommt der Würfel Nummer fünf. Jetzt Nummer sechs. Nein, 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 nein. Das ist die Nummer neun. Gut gemacht. Und jetzt kommt die Nummer sieben. Jetzt brauchen wir den Würfel mit der Nummer acht. Nein, nein, nein. Das ist die Nummer neun. Und ganz zum Schluss die Nummer neun. Gut gemacht, Dino und Alex. Und ihr habt einen tollen Turm gebaut. Und wir haben so viele Zahlen gelernt. Lasst sie uns noch einmal wiederholen. Auf Wiedersehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir bräuchten dich heute, um ein paar Würfel einzusammeln. Kannst du uns helfen? Toll. Dann lass uns anfangen. Lass uns den gelben Würfel, auf dem die Nummer eins steht, aufheben. Oh. Und der kommt jetzt in den gelben Kipplaster. Sehr gut. Jetzt kümmern wir uns um die beiden roten Würfel mit der Nummer zwei darauf. Aha. Jetzt kümmern wir uns um die drei grünen Würfel mit der Nummer drei darauf. Sie gehören in den grünen Kipplaster. Nun sind die vier schwarzen Würfel mit der Nummer vier darauf an der Reihe. Und nun kümmern wir uns um die fünf rosa Würfel mit der Nummer fünf darauf. Und jetzt noch die sechs lila Würfel mit der Nummer sechs drauf. Sie gehören in den lila Kipplaster. Und nun die sieben blauen Würfel mit der Nummer sieben darauf. Und nun die sieben blauen Würfel mit der Nummer sieben darauf. Sie gehören in den blauen Kipplaster. Gut, jetzt die acht braunen Würfel mit der Nummer acht drauf. Und nun die neun orangen Würfel mit der Nummer neun drauf. Sie gehören in den braunen Kipplaster. Und zum Schluss die zehn blauen Würfel mit der Zehn drauf. Sie gehören in den blauen Kipplaster. Gut gemacht, Dino. Wir haben heute so viele Zahlen und Farben gelernt. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und zehn. Dino. Hast du Lust, heute mit uns Zahlen zu lernen? Aha. Toll. Dann lass uns anfangen. Um Zahlen zu lernen, werden wir die Mülltonnen zählen. Eins. Oh. Zwei. Oh. Drei. 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 Vier. Fünf. Drei. Fünf. 6 7 8 8 9 Gut gemacht, Dino. Wir haben heute viele Zahlen gelernt. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Dann fangen wir an. Hast du Lust, mit uns Farben zu lernen? Toll! Lass uns anfangen. Rot! Blau. Orange. Orange. Uh-huh. Grün. Uh-huh. Gelb. Uh-huh. Lila. Uh-huh. Rosa. Uh-huh. Bravo. Heute haben wir so viele Farben gelernt. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Uh-huh. Rot. Blau. Orange. Grün. Gelb. Lila. Rosa. Bis bald, Freunde! Ja. Ja.